J.K. Spada Norris Nürnberg Zweiter Platz, Ufert Armin von J.K. Spada Norris Nürnberg Dritter Platz, der Einzige, der Jürgen Vietz schlagen konnte Manfred Hausner von TSV Heitig Da hat der Jürgen natürlich nur auf ökonomisch Kräftesparen gespielt Das vorletzte Mal da durch Hallo Habt ihr jetzt 123 aufgestellt, wie steht ihr in der Sparte? Wir stehen schon richtig Wir haben bürger's nie pappen, wofür wir haben Wir haben bürger's nie pappen